Stable Diffusion für Audio. Genau das ist im Endeffekt das, was das Paper, das gerade vor ein paar Stunden rausgekommen ist, am besten beschreibt. Ihr habt eigentlich die Möglichkeit damit, das zu machen, was Stable Diffusion gerade für Bilder geworden ist. Und das ist ziemlich beeindruckend. Wir schauen uns das mal ganz kurz an und gleich gucken wir auch noch in den Code rein, damit wir das auch ausführen können. Also, bei uns auf dem Rechner übrigens. Ist nämlich komplett Open Source und ihr könnt das einfach runterladen und verwenden. Ziemlich beeindruckend. Gut. Zunächst einmal, das ganze Ding heißt Audio LDM 2. Das ist eine zweite Version davon. Und benutzt im Endeffekt genau die Technik, die auch Stable Diffusion für Bildgenerierung benutzt, nur eben für Audio-Generierung. Das Lustige dabei ist, LDM steht für Latent Diffusion Models. LDM. Und genau das wird verwendet. Ein kleines Beispiel. Ihr könnt Text eingeben und bekommt Audio-Effekte raus. Also sowas wie ein Lichtschwert. Das hören wir uns gleich noch kurz an. Aber ich mach das mal nicht hierbei, sondern weiter unten gibt's einzelne Beispiele. Ihr könnt Text-to-Musik machen und ihr könnt sogar Text-to-Speech machen. Also quasi das, was Eleven Labs und die ganzen anderen Sachen machen. Die könnt ihr auch hier drin machen. In demselben Modell. Das ist das Beeindruckende hierbei. So. Das Ganze hier ist nicht gecherrypickt. Sagen sie zumindest. Und übrigens, schaut mal, wer da alles dabei ist. Also es ist jetzt nichts Kleines und naja, egal. Auf jeden Fall hier ein kurzes Schaubild, wie das Ganze funktioniert, was ich sehr beeindruckend finde. Im Endeffekt ist das Modell in der Lage, Audio-Eingabe zu nehmen. Also wenn ich spreche, daraus andere Sprechtöne zu machen. Sprich, ich könnte meine Stimme klonen und dann zum Beispiel mich so anhören wie jemand völlig anderes, während ich spreche. Zum Beispiel. Wir können Text nehmen und daraus Audio generieren. Alle Arten von Audio. Wir können sogar Transkriptionen nehmen. Wir können sogar Bilder nehmen oder Videos nehmen und daraus Audio bauen. Und hier oben sehen wir den ganzen Diffusion-Prozess. Das heißt, wir haben hier Sachen, die da reinfließen. Ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, weil es die meisten hier sowieso nicht interessiert, sondern ihr wollt Ergebnisse haben. Ein Ergebnis. Ich werde jetzt nicht AI having a bad day machen. Ich werde es ganz kurz machen. AI having a bad day. Das sind jetzt normale Audio-Effekte. Hört sich so an. Dann haben wir Sound of a Lightsaber. Ich glaube, danach kommt gar nichts mehr, ne? Und anschließend haben wir Text-Prompted Music Generation. Das heißt, wir können auch Musik bauen. So etwas wie Vibrant Beat of Brazilian Samba Drums. Oder auch Music Constellations Twinkling in the Night Sky. Und noch sehr viel mehr, eben auch Text-to-Speech. Hier ein kleines Beispiel. Das war mittendrin angefangen. So. Also, ich glaube, ihr kriegt so ein bisschen Eindruck, in welche Richtung das gehen kann. Und wie gesagt, man kann hier auch eben Bilder zum Leben erwecken, wie zum Beispiel dieses Gemälde. Oder was viel eindrücklicher ist, zum Beispiel ein Auto oder eine Glocke. Glocke. Ich denke, es wird schon relativ klar, in welche Richtung das geht. Und wie gesagt, das kann man jetzt so ein bisschen betrachten als die Version 0.irgendwas. Wir sehen gerade bei Bildern, sind wir auf einem Level, da sind alle einigermaßen zufrieden. Wo wir noch nicht gut sind, ist Audio. Und das geht halt ganz extrem in diese Richtung. So. Zunächst einmal, das ganze Paper ist hier veröffentlicht. Ihr könnt das als Hugging Face Space verwenden. Ihr könnt es auf GitHub.io angucken. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Und es gibt ein Paper dazu. Hugging Face Space ist wahrscheinlich die einfachste Variante, um es zu verwenden. Und ihr könnt natürlich dafür bezahlen, damit die das für euch hosten. Ihr könnt es einfach dort benutzen. In meinem Fall, ich kann das auch bei mir laufen lassen. Und naja, ich brauche hier in deren Dashboard ungefähr 10 Minuten für eine Generierung. Und ich habe nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich will das also bei mir haben. Also was ich mache ist, ich gehe hier auf Code, Download Zip. Dann bekomme ich ungefähr, ähm, nein nicht das. Ich bekomme das hier. Das ist eine Zip-Datei, die kann ich entpacken. Dann bekomme ich den Ordner hier. In dem Ordner findet sich dann auch alles, was ich brauche. So. Jetzt wird es kompliziert. Denn wenn ihr noch nichts anderes installiert habt mit Python oder sowas, dann habt ihr damit keine Abhängigkeitsprobleme. Aber in der Requirements.txt sind ein paar, wie sage ich das jetzt nett, nicht so angenehme Abhängigkeiten drin. Ein Hugging-Facehub, kein Problem. Transformers brauchen eine ganz spezielle Version. Torch muss über 2.0 sein. Auch das ist kein Problem. Aber sie geben hier auch direkt an, welche Version von Cuda man haben soll. Und naja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr damit schon gemacht habt. Mit Cuda ist ein bisschen kompliziert. Und es funktioniert nicht wirklich auf der CPU. Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe hier rechtsklick Ordner als PyChamp-Projekt öffnen. Und habe das hier dann mal aufgemacht. Hier drin werdet ihr als erstes gefragt, ob ihr eine virtuelle Umgebung haben wollt. Das habe ich mal gemacht. Und habe dann das hier bekommen. Diese virtuelle Umgebung. Ups, das wird dauern. Dieses Manöver kostet uns einige Jahre. Naja, habe hier einige Umgebungen quasi bekommen. Und dann wurden auch die Requirements, sprich die hier natürlich alle für mich installiert. Soweit, so gut. Jetzt funktioniert das allerdings natürlich bei mir nicht, weil ich nicht diese Cuda-Version hier installiert habe. Und ja, ihr braucht Cuda. Das kriegt ihr von NVIDIA. Ihr braucht aber auch C-U-D-N-N. Und das müsst ihr dann natürlich richtig installieren. Und wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr PyTorch. In dem Fall einmal kurz ins Terminal wechseln. Und ich kann euch das sogar zeigen. Ich habe das nämlich hier oben direkt gemacht. Erstmal habe ich Torch wieder deinstalliert mit pip-uninstall-torch. Und anschließend habe ich es wieder installiert. Und zum Wiederinstallieren oder zum Überhaupt-Installieren empfehle ich euch ganz, ganz dringend auf pytorch.org zu gehen. Dort bekommt ihr nämlich hier die Möglichkeit zu sagen, welche Version ihr haben wollt. Für welches Betriebssystem, wie ihr es installieren wollt. In meinem Fall mit pip. Dann für welche Sprache, natürlich Python. Und dann welche Cuda-Version ihr habt. Und in meinem Fall wäre das cu11.7. Das heißt, ich brauche genau diesen Befehl hier zum Installieren. Und mache das natürlich innerhalb von PyCharm. Damit ich auch in meiner virtuellen Umgebung drin bin. So, dann funktioniert das Ganze zumindest einigermaßen. Jetzt können wir uns den Code von der App.py-Datei angucken. Und die wiederum braucht einige, ich sage mal Anpassungen. Die ist, naja, halt einfach nicht fertig. So, also hier Audio-LDM 2 Full ist der Standard hier drin. Ich habe mal gewechselt auf das große Modell, Large 650K. Das muss erstmal runtergeladen werden. Das sind, ich glaube es waren 11, irgendwas Gigabyte. Die ihr runterladen müsst bei ungefähr 2 Megabyte. Weil mehr gibt euch Hugging Face nicht. Und das dauert eine ganz schöne Weile. Und ja, da bitte einmal nicht verzweifeln. Anschließend, wenn ihr das ausführt, wird nicht das hier erscheinen, dass es wirklich erfolgreich gestartet wird. Sondern zumindest unter Windows werdet ihr ein Problem finden. Und zwar dieses Audio-LDM ist gleich Torch.compile. Diese Zeile hier ist am Standard oder am Anfang nicht auskommentiert. Da müsst ihr debuggen sozusagen. Denn diese Funktion Torch.compile, die gibt es unter Windows noch nicht. Ja, tatsächlich kann man sie einfach auskommentieren. Man braucht sie nicht. Und wenn ihr dann eben die richtige Version von PyTorch für eure Nvidia Grafikkarte installiert habt, das richtige Cuda installiert habt, diese Zeile auskommentiert habt, dann könnt ihr das Ding laufen lassen. Einen Nachteil gibt es allerdings aktuell noch. Audio-LDM 2 Full Large 650K. Das ist eines von drei möglichen Audio-LDM 2 Netzen, die ihr runterladen könnt. Das heißt, was hier passiert ist, ihr ladet euch das Modell runter und führt das dann aus. Es gibt aktuell, also Zeitpunkt 98, 2023, und das wird wahrscheinlich nicht lange so bleiben, gibt es drei Modelle. Audio-LDM 2 Full, Audio-LDM 2 Music 665K. Das ist das große Netz für speziell nur Musik. Und dann gibt es das Full Large. Vielleicht fällt euch auf, es gibt noch kein Netz für Sprachgenerierung, das heißt Text-to-Speech. Und es gibt auch noch kein Netz öffentlich für Bild zu Audio. Das gibt es noch nicht. Das wird, denke ich mal, kommen. Und das steht auch hier dabei, dass das alles noch reinkommen muss. Und auch der Trainingscode ist noch nicht Open Source. Das heißt, das wirklich, das ist super, super frisch. Also wie gesagt, hier die Readme ist gestern gewachsen, die App ist gestern gekommen. Gebt dem noch ein bisschen, dann ist es da. Ich will es euch nur schon mal zeigen, was ihr damit wahrscheinlich bald alles machen könnt. Für die, die es vielleicht interessiert. So, wir haben aber heute eigentlich eh nur Interesse daran, euch das mal zu zeigen. Und deswegen öffne ich jetzt, also wenn wir das ausgeführt haben, wie gesagt, einige Netze müssen erstmal runtergeladen werden. Dann wird dieses DDIM-Sampler fünfmal ausgeführt. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Und dann können wir das hier öffnen. Und dann sehen wir hier, aha, wir haben eine kleine Umgebung und können hier das Ganze bauen. Und ich gehe mal hier auf Absenden. Dann können wir einmal kurz hier zurück in PyCharm wechseln. Und wir sehen hier unten, der DDIM-Sampler nimmt 200 Anläufe und baut uns dann etwas daraus. Und ja, ich habe das selber noch nicht gehört. Deswegen hören wir uns das mal gemeinsam an, was wir gerade bei uns auf dem System generiert haben. Das ist nicht schlecht. Das ist ein Windchime, also diese kleinen Windspiele, das in einer Brise getriggert wird. Das ist ziemlich gut eigentlich. Also ja, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, sowohl Musik als auch Audio-Effekte damit zu erstellen. Und wie gesagt, Text-to-Speech wird wahrscheinlich bald kommen. Die ganzen Modelle werden wahrscheinlich hier wachsen und wachsen. Das ist Grundlagenarbeit. Immer noch. Und das ist schon sehr beeindruckend. Das ist ungefähr, würde ich sagen, das, was wir vor einem Jahr vielleicht in Image hatten, also in Bildbearbeitung hatten. Und überlegt mal, was seither passiert ist. Die ganzen User haben angefangen, eigene Modelle zu bauen. Dann gibt es Stable Diffusion XL und so weiter und so fort. Und das ist wahrscheinlich das Stable Diffusion der Audio-Generierung. Und ja, das ist ziemlich beeindruckend. Jetzt noch eine Sache. Ihr habt hier natürlich immer noch keine großen Einstellungen gehabt. Ihr könnt hier einstellen, wie viele, ja, wie viel, wie lange das sein. Nee, könnt ihr nicht mal einstellen. Aber ihr könnt das natürlich jetzt alles über den Code einstellen. Denn im Endeffekt ist das hier der Code, mit dem das alles gebaut wird. Wobei technisch gesehen ist nicht mal das der Code, der irgendwas baut. Der hier ruft einfach nur eine Funktion auf und bietet euch quasi die grafische Oberfläche. Die eigentliche Funktion wird hier durch Text-to-Audio von LDM2 genutzt. Und die finden wir, wenn wir hier draufklicken. Das ist in Pipeline. Und hier können wir immer noch nichts machen. Das finden wir aber hier oben in der Audio-LDM2. Und hier drin können wir jetzt Dinge ändern. Das macht nichts anderes, außer LDM2 wirklich in der Command-Line aufzurufen. Und genau das seht ihr auch hier oben. Ihr könnt ganz einfach das Ding über die Kommandozeile auch benutzen. Indem ihr hier einfach Audio-LDM2-T eingebt und dann hier irgendwelche Dinge reinbaut. Hier habt ihr noch mehr Optionen. Ich zeige euch das mal eben. Wir machen das trotzdem natürlich in dieser, ähm, in unserer Umgebung. Das heißt, ich kann hier einfach auf, äh, die, 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 wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, da, das Terminal. Sorry, das Verschieben hat es gerade ein bisschen komisch gemacht. Und hier kann ich jetzt einfach Audio-LDM2 eingeben. Ähm, Minus-H würde mir die Hilfe aufrufen. Damit könnt ihr checken, ob das überhaupt funktioniert mittlerweile. Was es leider bei mir nicht richtig tut. Und wenn ihr ein anderes System habt, kann es gut sein, dass das funktionieren kann. Unter Linux sollte es eigentlich funktionieren. Denn ihr könnt dann einfach direkt hier sagen, also quasi innen drin, ohne dass ihr Python-Code irgendwie antasten müsst, könnt ihr sagen, ey, bau mir mal bitte XY. Für die Leute, die, wie ich, Windows benutzen oder diese Version, die halt einfach noch ein bisschen nicht fertig ist, ihr könnt ihr ganz einfach sagen, was ihr bauen wollt. Ihr könnt einen Text eingeben, ihr könnt eine Textliste eingeben, ihr könnt den Save-Path eingeben, Model-Name eingeben. Und dann könnt ihr einfach dieses Audio-LDM hier aufrufen, genau wie es hier gemacht wird. Also Waveform ist gleich Text-to-Audio. Dann könnt ihr hier sagen, Latent Diffusion ist gleich Audio-LDM. Das ist im Endeffekt unser Modell. Das können wir einfach so eins zu eins übernehmen. Dann können wir hier Text eingeben. Ähm, und so weiter und so fort. Genau, und eben hier den Text, den wir eben zum Bauen nutzen wollen. Und hier vor allem auch die Duration verändern. Das heißt, ihr könnt hier drin zum Beispiel sagen, das Ding soll bitte nicht zehn Sekunden lang sein, sondern halt drei Minuten, wie ein durchschnittlicher Song eben sein. Und da drauf dann irgendwas zusammenschneiden. So, natürlich ersetzt das hier allerdings nicht irgendwelche Künstler, die wirklich Musik machen oder sowas, genauso wie Stable Diffusion, keine Digital Artists ersetzt. Bitte behaltet das immer im Kopf. Sondern das muss natürlich im Nachgang nochmal stark bearbeitet werden, angepasst werden an unsere Anforderungen und so weiter und so fort. Ähm, aber dazu habe ich ja schon mehrere Videos gemacht. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben mit diesem ganzen Ding und in dem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ciao.